Hi Leute und willkommen bei der Sky. Wir sind hier gerade schon in der Vorbereitung. Ihr seht das ja hier schon. Hier ist die Serverkonsole. Ich habe extra mal einen Test. Ja, wir essen jetzt gerade noch. Ich habe mir extra schon mal den Taxi größer gemacht. Ich muss leider gerade noch in Windows Update, da sieht man es gerade, installieren. Das dauert mal wieder. Ihr kennt das Ganze. Ja, ich bin hier auch gerade bei Gmod schon dabei. Habe ich jetzt maximiert? Äh, wenn nicht maximieren. Und wenn ich streame ja heute gegen, lass mich auf die Uhr gucken, 20 Uhr würde ich mal sagen, streamen wir Gary's Mod den Zombie-Modus. Und ja, da kann jeder von euch, darf ich sehr, da kann jeder von euch, wenn er will, mitmachen. Und man, ja, abwechselnd natürlich. Also so eine Person, ein, zwei Personen können gerne mitmachen. Man kann natürlich auch abwechselnd machen. Oh, es ist fertig. So heißt der Server, da kann jeder draufschauen, wenn er will. Das Passwort bekommt ihr dann. Äh, und das ist eben so ein Zombie-Survive-Ding wie bei COD. Seht ihr das, dass das die ganze Zeit scharf und dann wieder unscharf wird? Voll komisch. Na ja, okay. Auf jeden Fall, da hinten ist der Patrick. Hallo, ich bin der Patrick. Auf jeden Fall, dann haut rein, bis gleich, Leute. Wir streamen natürlich auf Twitch und auf YouTube. Ciao, ciao. Ach, oh, bevor, ich wollte gerade schon aufhören zu, aber noch eine Sache. Und zwar kann sein, dass mein Mikrofon, oh danke dir, dass mein Mikrofon, äh, nicht so super ist, wie, ich muss nämlich updaten und das wird gerade irgendwie nicht erkannt. Also hier dieses super schöne Kabel wird einfach nicht erkannt. Ist generell gerade alles so mit Kabel voll. Und deswegen kann sein, dass ihr das mal testen müsst, dass ich mich dann einfach eine Scheiße anhöre. Und, äh, ja, deswegen haut rein, Leute. Bis nachher.